Wow, was ist das? Es ist eine riesige Klaviermatte. Sieh mal, Mama, du folgst den Farben, um die Songs abzuspielen. Oh ja. Das ist großartig. Gut gemacht. Danke dir. Abspielen von Songs in Sekunden mit den mitgelieferten farbchodierten Songkarten. Es gibt Aufnahme- und Wiedergabefunktionen, Lautstärkeregler und 8 verschiedene Instrumentenklänge. Ebenfalls enthalten sind speziell aufgenommene Playbacks, mit denen Sie spielen können. Spaß und Bewegung für die ganze Familie. Es ist die riesige Klaviermatte in Regenbogenfarben.